Jetzt die Preise für so eine Bausatzkiste hier zustande kommen, das möchte ich euch mal folgenden erläutern. Stand Juli 2022. Das sind jetzt die ganzen Preise, die ich bezahlen müsste, wenn ich die Teile aus Deutschland bestelle. Oder praktisch von einem Anbieter, der sie mir in kurzer Zeit liefert, dass ich keine Monate lang warten muss. Maximal 30% Gewinn habe ich eingerechnet. Und plus die Versandkosten, die dann noch dazu kommen, wären wir bei 97,65 Euro. Dann kommen die eBay-Gebühren von 11% noch dazu. Dann wäre ich hier bei so einer Kiste bei einem Preis von 108,39 Euro. Ich habe dann meinen Gewinn noch ein bisschen geschmälert. Vom Gewinn möchte ich mir gerne einen Elektrofrosch kaufen. So einen Elektro-Transporter. So eine Kiste könnte man sich dann auch aufrüsten mit Ladeabscheidung.